Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Wir testen heute zusammen mal alle LEGO Fortnite-Mythen. Angefangen damit, ob ihr es schafft, in den nächsten 3 Sekunden mein Crater-Code Wannabe im Itemshop einzugeben. Ihr habt genau 3 Sekunden Zeit und es geht jetzt los. 1, 2 und 3. Habt ihr es geschafft? Dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Was passiert, wenn man im neuen LEGO-Modus stirbt? Ich sehe schon den ersten Gegner hier. Okay, der zieht mir schon ziemlich viel Schaden ab. Und, komm schon. Ich halte mich aus, du Ekliger. Was bist du überhaupt? Und, boom. Okay, wenn man stirbt, rollt man weg. Man kann respawnen. Und der Rucksack mit allen Sachen, die drin sind, liegt halt irgendwie auf dem Boden verstreut. Was passiert, wenn man vor NPCs ein Emote macht? Kopieren sie das? Machen sie mit? Werden sie sauer, aggressiv oder sowas? Ich teste jetzt mal ganz Spezielles hier. Und zwar das Lama Kadabra. Los geht's. Oh mein Gott, die holen alle ihre Zauberstäbe raus. Was ist das denn hier? Das eskaliert, glaube ich. Guckt sich das an. Ich habe noch nie so viele Labas gesehen. Oh mein Gott. Was ist das denn hier? Gibt es neben Tieren auch böse NPCs auf der Karte? Ich bin jetzt hier gerade lang gelaufen und habe diese Dudes hier gefunden. Und mal gucken, ob die freundlich sind. Okay, die sehen da wirklich freundlich aus. Was wollt ihr? Ey, die sind ja wirklich böse. Was ist das denn für ein Outpost, bitte? Die machen wir jetzt aber mal sowas von platt. Komm her, da gibt es Chimichanga, Alter. Was wollt ihr denn von mir? Der eine war sogar der Pancake, Mann. Hier war voll die krasse Sache irgendwie dabei. Wobei, wartet mal. Die Schwerter sind schon abgenudelt. Was machst du da oben? Komm mal ganz schnell hier runter, bevor ich mich verliere. Oh, oh. Oh, stirb. Ja, also dieser Minus ist auf jeden Fall true. Es gibt böse NPCs. Sehr, sehr böse NPCs. Und die bewachen auch ziemlich coolen Loot hier. Kämpfen NPCs auch untereinander gegeneinander. Wir nehmen jetzt hier mal so einen Gesetzlosen. Den werfe ich. Und genau daneben werfen wir so einen Knochi-Typen. Die müssen doch gegeneinander kämpfen, oder nicht? Der eine ist schon aktiviert. Oh, der andere kommt einfach von unten hoch. Geht mal aufeinander los. Was ist los mit euch? Yo, die greifen sich echt an. Oha. Hä? Wo steht die jetzt? Okay, der Skelettkopf ist auf jeden Fall viel, viel stärker. Alter, was wirft der denn da? Sind das Steine? Komm mal ganz schnell wieder runter, Junge. Okay, ich bin tot. Ich habe nichts gesagt. Der ist ja gigastark. Ist es möglich, in Lego Fortnite 90s zu kranken? Wir gehen mal kurz in das Baum-Menü rein. Und ich gucke mal nach, ob es hier sowas in der Art gibt. Es gibt hier diese komischen Blöcke. Die kann man setzen. Äh, ich glaube, das ist das neue 90s-Kranken. Nee, funktioniert nicht. Schade, 1 gegen 1-Duelle laufen jetzt irgendwie anders ab. Kann man Tiere ausschalten, indem man nur einen Baum fällt? Ihr seht ja schon, hier ist ein Riesenbaum. Ich mache den jetzt kaputt und mal gucken, was passieren wird. Achtung, Baum fällt. Ja, das funktioniert. Was ist das denn? Tut mir leid, Herr Kuh. Das ging nicht gut für dich aus. Nächster heftiger Mythos. Das Ungetüm ist angeblich das stärkste Monster im ganzen Modus. Ich werde das jetzt hier gleich mal spawnen und gleichzeitig den Frostwolf. Der müsste das zweitstärkste Tier sein. Aber wir schauen einfach mal, was passieren wird. Hoffentlich kämpfen die auch gegeneinander. Geht zur Seite. Der wird aggressiv. Und, jo, die Feinden gegeneinander. Boah, der Wolf kassiert aber voll, oder? Oder gewinnt er das Ding? Boah, der Wolf ist schon sehr, sehr angeschlagen. Aber er hält gut durch, muss man sagen. Er hat keine Chance gegen das Ungetüm. Er ist tot. Ja, Leute, das Ungetüm ist das stärkste Monster aktuell im Lego-Modus. Kann man das Ungetüm mit nur einer Dynamitstange ausschalten? Hm, da vorne ist es. So, ich schmeiß jetzt. Oh Gott, der bewegt sich gerade. Boah, der macht hier alles kaputt. Schlimmer gerade, mein Freund. Der schießt sogar auf mich. So, Dynamit ist geplaced. Und komm schon, stirb. Ne, nicht mal ein Kratzer, oder? Der hat überhaupt Schaden gefangen? Ganz klein bisschen. Also, ich glaube, der hält so 20, 30 Dynamitstangen aus. Vielleicht sogar mehr. Also, dieser Mythos ist auf jeden Fall falsch. Was passiert, wenn ich die Schaufel benutze und damit in den Boden buddle? Das Ganze wie bei Minecraft? Kann ich unten irgendwie rauskommen? Ich glaube, es wird nicht tiefer, oder? Aber ich kriege Erde ohne Ende. Nein, das funktioniert nicht. Angeblich gibt es im Wüstengebiet in den Höhlen Lava. Stimmt das Ganze? Ja, es stimmt. Mir ist hier einfach brandheiß drin. Guck mal, wie Pili sich verhält. Der Arbe kann ja gar nicht mehr. Der ist komplett am sweaten. Nächster Mythos der Rank. Wenn man mit Lava in Kontakt kommt, ist man direkt tot. Ich habe aktuell noch ungefähr sechs Herzchen. Mal gucken, ob es stimmt. Nein, es stimmt nicht. Wie cool, das ist wie in Fortnite damals. Wenn du in die Lava reinkommst, dann wirst du einfach weggebounced. Wie cool ist das denn bitte? Man kann Lava überleben. Nur nicht allzu lange. Kann man im Lego-Modus eine Skybase bauen? Ich bin jetzt schon relativ weit oben hier. Fischkopf ist auf jeden Fall auch am Start. Es gibt hier in diesem Modus diese ganz speziellen Holzplanken. Und wenn man die richtig aufstellt, dann müsste man doch hier einfach weiterbauen können, oder nicht? Kann man hier einfach dran bauen? Oh Gott, ich glaube, es funktioniert. Ja, das geht. Oh mein Gott, das funktioniert. Ich habe es raus. Das ist ein bisschen weirdy, aber es funktioniert. Theoretisch gesehen könnten wir jetzt voll weit hoch bauen und dann einfach das Skybase in der Luft machen. Ich gehe mal weg hier. Wie ulkig das aussieht. Gibt es im neuen Lego-Modus Lamas? Ihr seht hier vorne, hier ist ein Schmetterling aktiv. Und der führt mich angeblich zu den Lamas. Mal gucken, ob das Ganze stimmt. Hinter mir ist ein Wolf. Das könnte richtig eklig werden. Folgen wir jetzt mal diesem Schmetterling. Oh Gott, es sind alle hinter mir her. Hoffentlich ist es wirklich ein Lama. Und... Oh mein Gott, da hinten ist wirklich ein Loot-Lama. Kann das Loot-Lama weglaufen? Aha, das ist wirklich aktiv. Ey, Lami-Bahn, was geht? Wir machen mal kurz das Lama auf und mal gucken, was da drin ist. Wir müssen das Ganze streicheln. Okay. Eine Armbrust, eine Schaufel, ein Schild und sogar ein paar lila Items. Gar nicht mal so übel. Cool. Kann man in Lego-Fortnite-Abwehrrollen machen? Wir testen das. Und ja, es funktioniert. In alle Richtungen sogar. Komm, versuch doch. Stab mich doch. Du hast keine Chance gegen mich. Ich kann einfach Abwehrrollen machen. Und das Geile ist, man kann sogar so einen Super-Punch hier machen. Boom. Ah, die ganze Umwelt geht auf mich drauf. Aber die Bewegung in Lego-Fortnite ist richtig geil. Greifen die Wölfe in diesem Modus eigentlich auch andere Tiere an? Da vorne ist ein Wolf. Und ich glaube, der geht auf einen Chicken drauf, oder? Oh Gott, dieser Roller ist schon wieder hinter mir her. Geh mal weg, Mann. Yo, der Wolf greift einfach das Chicken an. Chicken, ich helfe dir. Boah. Tschüss, was passiert hier? Ich bin gleich wieder tot. Also diese Umwelt ist mega gefährlich. Kann man einen Lama in einer Kiste finden? Ja. Ey, das ist doch one in a million hier, oder nicht? Das Lama ist einfach in einer Kiste gefangen. Ey, guck mal, der versucht sogar abzuhauen, der Arme. Aber er schafft es einfach nicht. Ey, kann ich die Kiste kaputt machen? Ey, das ist eine leere Kiste, das ist Fake. Oh, wir haben Labi befreit. Let's go. Angeblich bekommt man spezielle Sachen, wenn man Tiere in diesem Spiel streichelt. Wir testen das Ganze mal bei einer Kuh. Da soll man nämlich Milch bekommen. Und... Ja, es funktioniert. Man bekommt einfach Milchgeschenk. Kann es im Lego-Modus regnen? Ja, ihr seht es ja schon. Und vor allen Dingen, wenn es anfängt zu regnen, könnt ihr bestimmte Sachen nicht mehr machen. Speziell die Werkbänke funktionieren dann einfach nicht, weil die nass werden. Und auf Dauer wird euch einfach kalt. Das heißt, haltet euch vom Regen fern oder schützt euch gut. Hä, was war das denn jetzt? Es hat drei Sekunden geregnet. Kann der Regen nur fünf Sekunden aktiv sein? Ja, scheinbar. Hä? Kann dein Lego-Charakter schwitzen, wenn er zu lange läuft? Wir testen das Ganze mal und man sieht es ja schon. Es funktioniert. Lauf weiter, Pili. Ey, der ist ja schon komplett am Ende. Angeblich sind diese lila Leuchten auf der Karte Anzeichen dafür, dass sich Rucksäcke befinden. Sprich, der Loot von anderen Spielern, die down gegangen sind. Wir schauen jetzt mal nach, ob das Ganze wirklich so ist. Da vorne haben wir so ein Leuchten. Boah, das sind auch Gegner. Und was ist das Ganze? Das ist wirklich ein Rucksack. Aufnehmen und... Ja, das ist der Loot von jemandem, der gestorben ist. Also, Mythos wahr. Angeblich kann man bis zu 16 Leute auf seine neue Lego-Map einladen. Wir testen das Ganze mal. Dazu muss man nur auf Spieler gehen. Spieler einladen. Und hier steht schon nur sieben Schlüssel verbleiben. Ich glaube, man kann nur acht Leute insgesamt auf der Map haben. Da steht es auch. In der Welt sind nur sieben Plätze übrig. Geht also nicht. Werden neue Spiele auf der Karte angezeigt? Die sind ja jetzt hier nicht mehr alleine. Gucken nach. Und... Ja, die werden auf der Karte angezeigt. Kann man seinen Teammate Schaden zufügen? Testen das jetzt mal. Nein. Funktioniert nicht. Kann man im neuen Lego Sandbox-Modus fliegen? Wir testen das Ganze mal und... Ja, es funktioniert einfach. Oh mein Gott. Sieht aus wie ein Stranger Things hier. Guckt euch das an. Fili kann einfach fliegen. Dieser Mythos ist wahr. Aber lasst uns jetzt mal zusammen herausfinden, wie hoch kommt man im neuen Modus. Was ist die maximale Höhe? Kommt man vielleicht sogar irgendwie ins Weltall? Das wäre richtig geil, oder? Ich bin jetzt schon ziemlich hoch. Man kann jetzt zum ersten Mal auch sehen, wie viele verschiedene Biome es hier gibt. Und ich muss sagen, es sieht sehr, sehr geil aus. Wir haben Eis. Die normale Landschaft. Da hinten haben wir dieses Sandbiom. Und hier ist Bugsheit, Leute. Also nicht nur, dass es überhaupt eine maximale Höhe gibt. Das hier ist sie auch. Wir können jetzt direkt herausfinden, was passiert, wenn ich aus maximaler Höhe runterfalle? Sterbe ich dann? Das Ganze ist jetzt nur im Sandbox-Modus. Wir werden es gleich noch im normalen Modus testen. Und... Okay, hier überlebt man auf jeden Fall. Chilli billi. Was passiert, wenn man Schafe streichelt? Da vorne sind zwei. Hinter mir ist eine Spinne aktiv. Hallo, Schafi. Und... Haben schon einen Job, irgendwas? Hä, der gönnt gar nichts? Geh doch mal weg hier. Ey, ich sag euch, diese Spinnen, ne? Die nerven mich schon unnormal. Angeblich befinden sich in Truhen richtig geile Sachen. Hier vorne ist eine Truhe. Wir testen es mal. Oh Gott, was ist denn hier drin? Wolle, Weizen und Kürbis? Das ist aber kein guter Loot. Vielleicht auch nur eine Schmalspur ist, Schest. In den letzten Tagen habe ich ja schon davor gesprochen, dass es demnächst auch legendäre und mythische Items hier geben soll. Und wir werden jetzt zusammen mal herausfinden, was ist der seltenste Gegenstand aktuell in Lego Fortnite. Und zwar müssen wir dazu nur auf alle Gegenstände gehen. Und wir sehen schon, das Höchste ist gerade episch. Es fängt an mit Gewöhnlich, dann Ungewöhnlich, dann das Blaue und am Ende haben wir das Lilane. Rüstung gibt es übrigens noch gar nicht. Aber ich denke mal, das wird in nächster Zeit alles reinkommen. Das heißt, das seltenste Schwert, was wir gerade im Spiel drin haben, ist einfach das epische Langschwert. Kann man einen Wolf mit einem epischen Langschwert mit einem einzigen Heep ausschalten? Hier vorne ist einer. Und, oh, das macht neun Damage. Nein, man braucht zwei Heep dafür. Kann man einen Wolf mit einer Ladung Dynamit ausschalten? Ich werfe es mal. Mal gucken, ob er drauf geht. Ey, bleib stehen. Komm schon, komm zurück. Ach, verdammt mal, der läuft weg. Du sollst stehen bleiben. Komm her. Er ist zu schlau irgendwie. Ich werfe mal ganz viele hier. Jetzt aber. Stirb doch durch die Ladung. Ich glaube, ich gehe gleich drauf. Bald, das lässt sich einfach ganz lange in der Hand. Und, wow, er ist direkt kaputt gegangen. Das funktioniert auf jeden Fall. Also, Dynamit ist richtig stark in Lego. Kann man sich mit Dynamit selber in die Luft jagen? Ihr wisst ja, genauso wie ein Fortnite, man kann das sehr, sehr lange in der Hand behalten. Wir gucken mal nach. Ja, das funktioniert. Ist es möglich, in diesem Modus runde Steinbrocken zu bewegen? Hier vorne ist einer. Er sieht ja voll aus wie ein Fortnite, Mann. Und ja, wir können ihn runterrollen lassen. Ich sage euch, wenn da jetzt ein Feind gewesen wäre, der wäre Matsche gewesen. Gibt es standardmäßige Lagerfeuer im Spiel? Ja, hier ist zum Beispiel eins. Und es scheint nicht so, dass es durch das Wasser, beziehungsweise durch den Regen ausgeht. Bekommt man Feuerschaden, wenn man in ein Feuer geht? Äh, nö. Bekommt man nicht. Geht nicht. Kann man das Feuer kaputt machen? Ja, das funktioniert. Können Steine in der Luft spawnen? Ja. Hä, was ist das denn bitte? Kann man in diesem Modus schwimmen? Ihr seht schon, hier vorne ist ein riesengroßer See. Was passiert, wenn ich reingehe? Ja, es funktioniert. Man kann schwimmen. Ja, was geht denn da vorne ab? Ey, da prügeln sich NPCs untereinander. Hallo? Ich bin irgendwie runtergegangen. Hä, was war das denn gerade? Kann man untergehen im See? Hä? Wenn man zu lange auf Wasser schwimmt, bekommt man angeblich schwarzes Bild. Wir testen das Ganze mal. Ich weiß nicht, wofür das Ganze gut sein soll. Ey, hoffentlich erfriere ich jetzt nicht. Ich muss mal kurz was essen. Okay, im Wasser kann man nicht essen. Dann schwimmen wir jetzt einfach weiter. Ich will wissen, was passiert. Es passiert wirklich. Und man stirbt danach einfach. Angeblich gibt es auch im Lego-Modus den Grappler. Und ich kann euch sagen, ja, den gibt es wirklich. Also dieser Mythos ist auf jeden Fall true. Und das Ganze funktioniert auch wie der normale Grappler aus Fortnite. Ihr habt zehn verschiedene Schüsse zur Verfügung. Könnt ihr euch eigentlich überall festmachen. Ich glaube, der ist sogar noch schneller als in dem Modus. Sieht jetzt sehr, sehr ulkig aus. Geht er auch hier? Ja, perfekt. Gibt es im neuen Lego-Modus ein Ende der Karte? Ich werde jetzt die ganze Zeit einfach straight in diese Richtung fliegen. Ihr seht ja schon, ich werde das hier alles nach und nach aufdecken. Und wir gucken mal, ob irgendwann diese Karte endet. Mal schauen, wo wir rauskommen. Vielleicht in Chapter 6, 7 oder vielleicht sogar in Lego 2.0. I don't know. Boah, es wird gar nichts passieren. Ey, wie weit geht das noch nach vorne, bitte? Das Ende der Karte ist grenzenlos. Nein, das ist doch nicht. Wir haben es erreicht. Das hier ist einfach das Ende der Karte. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, wie viel Kilometer das ist. Aber ihr seht ja selber, da ist das Festland einfach. Und hier ist dann das Ende. Es ist sehr viel weiter als auf der normalen Fortnite-Karte. Und wahrscheinlich so GTA-like, Minecraft-like. Aber ihr könnt auf jeden Fall nicht ewig weiterfahren. Das hier ist das Ende. Gibt es Geysire? Das da vorne sieht zumindest aus wie einer. Ich bin mal gespannt darauf, was passiert, wenn ich mich jetzt drauf stelle. Man wird hoch in die Luft geschossen. Aber man kann halt nicht fliegen, weil man keinen Gleiter hat. Aber wartet mal. Ich kann einen Gleiter auswählen. Was passiert, wenn man einen Geysir benutzt und gleichzeitig einen Hängegleiter hat? Funktioniert das dann ganz normal wie ein Fortnite und man gleitet? Jo, oh mein Gott. Es gibt wirklich einen Lego-Hängegleiter. Wie cool sieht der bitte aus? Let's go. Ich fliege aus dem Weg, Chicken. Da hinten ist ein Echse, Geysir. Gibt es Gold oder Golderze? Das da vorne sieht auf jeden Fall so aus wie Gold. Und wir werden jetzt mal versuchen, das abzubauen. Das funktioniert schon mal. Was kommt dabei rum? Das ist nur roher Bärenstein. Ein Edelstein, den man auf den Tafelbergen im Dürretal finden kann. Nein, das ist kein Gold. Das ist irgendwas anderes. Gold gibt es aktuell noch gar nicht in diesem Modus, glaube ich. Kann man diesen Modus ertrinken? Geht das Ganze? Oder ist das wie bei Fortnite? Nein, scheint nicht zu funktionieren. Oh Gott, ich bin verloren. Guck mal, wo ich bin. Irgendwo am Ende der Karte. Ich werde hier nie wieder wegkommen. Kann man es nicht im neuen Lego-Modus selber ausschalten? Und ich meine jetzt nicht, dass man irgendwo runterspringt oder sowas. Sondern ich meine, dass man hier irgendeine Taste dafür drücken kann. Geht das? Hier vielleicht? Äh, das sieht irgendwie nicht so aus. Ich bin hier absolut geliefert. Ich komme hier nicht mehr weg. Was soll ich machen? Nein, ich bin für immer verloren hier. Ich sehe halt nicht mehr was. Okay, oder ich bin einfach tot. Hä? Wieso bin ich gestorben? Schreibt es in die Kommentare rein, wenn ihr es wisst. Weil dann seid ihr echt clever. Kann man Eier werfen? Und falls ja, kann man die gegen NPCs oder Spieler werfen? Nein, ich will es nicht essen. Ja, es geht auf jeden Fall scheinbar nicht. Kann man im neuen Lego-Modus sowohl Pizza als auch Burger craften? Die Antwort drauf ist ja, es gibt den pikanten Burger und auch gleichzeitig die Pizza. Und schaut mal bitte, was passiert, wenn ich die Sachen esse. Die gehen richtig ab. Drei, zwei, eins, boom. Und, ey, wie viele Herzen habe ich dazu gewonnen? Einfach fünf weitere. Jetzt hauen wir uns den Burger noch rein, dann geht es richtig los. Das sind einfach die heftigsten Heilgegenstände, die man hier haben kann. Ist es möglich, Hängegleiter und Greifer miteinander zu kombinieren? Ich benutze jetzt erst den Greifer. Und setze dann den Hängegleiter ein. Ja, es funktioniert. Das heißt, mit diesen beiden Techniken kommt man sehr, sehr schnell, sehr, sehr weit in diesem Modus. Kann man eigentlich auch angeln? Ihr seht ja, hier ist ein riesengroßer See. Wir fliegen mal kurz drüber. Ich sehe auf den ersten Blick auf jeden Fall nicht, dass da Fische drin sind. Wir können ja mal nachgucken, ob es eine Angel gibt. Wir können auf alle Gegenstände gehen. Hier gibt es schon mal keine. Hier auch nicht. Das sind nur noch Ressourcen, Essen und Getränke und Kreaturen. Nein, es gibt keine Angeln. Demzufolge kann man auch keine Fische angeln. Mythos falsch. Gibt es komische Gegenstände in diesem Modus? Ja. Hier gibt es irgendwie so Kisten. Kann ich da Sachen reinlegen? Man kann diesen Gegenstand irgendwie nur aufsammeln. Und sich irgendwie darunter verstecken. Hä? Leute, was hat es damit auf sich? Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Was kann man hiermit machen, außer wegwerfen? Freunde, ihr wisst ja alle, ich liebe Explosionen. Ihr liebt Explosionen. Und das Coolste daran ist einfach, dass man Sachen kaputt machen kann. Wir werden jetzt mal testen, ob eine Dynamitstange in der Lage ist, dieses Ganze gebaut hier kaputt zu machen. Ich werfe es in die Mitte. Wir gehen weg. Und mal gucken, ob alles wegschallert. Komm schon, bitte. Nein, geht nicht. Kann es im neuen Lego-Modus auch schneien? Ja, das kann es. Und wie? Guckt euch das mal bitte an. Man sieht einfach fast gar nichts mehr. Nicht nur, dass ich im Schneegebiet bin. Der Schnee kommt auch von oben runter. Vor mir befindet sich gerade ein blaues Feuer. Und laut eines Mythos soll das einfach der Enderdrache aus Minecraft sein. Wir fliegen jetzt mal nah dran und mal gucken, was das Ganze wirklich ist. Kann das sein oder kann es nicht sein? Gott, ich bin gleich da. Das ist ein blauer Lichtstrahl. Das ist gar kein Feuer. Aber was soll das sein? Ey, sagt nicht, dass es wieder ein Rucksack. Es ist halt so dunkel. Ich sehe nicht mal, wo ich bin. Das ist über Wasser. Hä? Was ist das? Oh mein Gott. Es ist der Rucksack, den ich gerade geplaced habe. Hier ist einfach das Ende der Karte wieder wahrscheinlich, oder? Okay, den Enderdrachen gibt es auf jeden Fall in diesem Modus nicht. Ich glaube, es gibt überhaupt keine Drachen. Ist der Lego-Fortnite-Modus aktuell der beliebteste Modus in ganz Fortnite? Wir gucken nach. Und ja, es ist. Es spielt 2,2 Millionen. Zum Vergleich, Battle Royale spielen gerade mal 680.000. Sowohl im Ranked als auch im normalen Modus. Alle Modis zusammen von Fortnite haben die Lego-Skins einen Alternativ-Style. Wir suchen jetzt mal einen Skin raus, der theoretisch gesehen andere Styles haben müsste. Sowas wie Agent Jones hier. Aber wir können es nicht bearbeiten. Nein. Derzeit hat jeder Lego-Skin nur genau einen einzigen Stil. Gibt es schwarze Schafe in diesem Modus? Ich bin hier gerade rumgelaufen im Schneegebiet. Und guck mal bitte, es gibt wirklich schwarze Schafe einfach. Bist du auch ein schwarzes Schaf? Dann lass es mich in den Kommentaren wissen. Na, wartet mal. Droppen die dann auch schwarze Wolle? Bleib stehen. Hä, mit der Wolle. Nö. Die Wolle ist weiß. Ja? Ja. Hä, macht ja gar keinen Sinn. Kann man Brücken sprengen? Ich habe hier einfach random gerade so eine Brücke gefunden. Jetzt gibt es ein bisschen Dynamit und mal gucken, ob es kaputt geht. Im Normalmodus sind die Brücken unsterblich. Aber hier kracht es auf jeden Fall. Boah, die gehen wirklich voll kaputt. Das ist euer Ende. Zügel werden hier niemals langfahren, solange ich Dynamit hier dabei habe. Wenn man Dynamit ins Wasser wirft, funktioniert es angeblich nicht mehr. Stimmt dieser Mythos? Ja. Das geht einfach instant aus. Oder explodiert unter Wasser. Aber es passiert halt gar nichts. Das ist ja richtig crazy, Swayze. Im Wüstenbiom gibt es riesengroße Felsen. Kann man die abbauen? Beziehungsweise kann man die wegsprengen? Ey, hier oben ist sogar eine Kiste. Egal, ich schmeiß trotzdem Dynamit drauf. Los, explodiere. Nö, funktioniert nicht. Die sind unsterblich. Laut eines Mythos gibt es legendäre Kisten im Spiel. Ich bin hier gerade lang gelaufen und gucke, was ich gefunden habe. Und schaut euch mal an, wer das hier bitte ist. Ist das ein Fischkopf? Wer baut denn sowas hier bitte auf? Das ist ja gespenstig, Mann. Egal, wir machen die Kiste auf und gucken, was drin ist. Okay, das ist niemals eine legendäre Kiste. Die sieht zwar aus wie eine, aber die kann hier überhaupt nichts. Da war einfach nur Schrott drin. Machen wir weiter direkt mit dem nächsten Mythos. Und zwar gibt es Falschschaden in diesem Modus. Ich spring runter und... Okay, ich habe Schaden bekommen. Aber überraschenderweise bin ich nicht tot. Freunde, das waren die heutigen Lego-Mythen. Falls ihr weitere habt, schreibt sie gerne in die Kommentare rein. Wir hören uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.